wir sind großer kreis wir müssen kann die bahn töten ja jetzt ich den ganzen laufen wollte ich da hat sich das ausgebracht kollegen jetzt bin ich auch aufgestiegen ja sehr gut okay dass wir zu dem ritual da gehen da war es schon dass er schon wieder ohne mich leichen geschändet gemeinsam jetzt hier angeflogen ja stark die party okay zwei von drei zwei von drei beim stellen eins von eins gerade ja dann statt danach zwei von drei okay habe ich nicht bemerkt oder aber wenig weil du nur eins hast ich habe ja schon eine zweite macht jetzt auch ein von eins und dann stand da zwei von drei dann ist eigentlich nach so dass schon ja aber noch aktiviert oder dann habe ich gerade aktiviert habe ich 1 von 1 bekommen so hat nicht aktiviert wenn ich habe andere sagt die weg hat es ist ja los wir können ein traum machen spaß ich glaube wenn du es kaputt die wir sind zu frei wir haben 30 kann die bahn ehrlich die welt jetzt wieder hat sich die sanftmütigen gerettet das nicht wirkt tatsächlich durch uns alle hilft mir super typ nein du wirst ein drecks ich habe eine von gottes intelligenten und schönsten kreaturen getötet das hat nicht gefallen doch ich habe schon gemerkt weil meine angriffe dem kann schaden gemacht haben wir sind durch die woche ja dann ist eine spurs geldinteressen das hat hier dringend sowieso irgendwie nichts mehr weiß man doch nicht ich kann ja immer irgendwie was hinterlassen hat irgendwie fünf punkte stärke ist was man jetzt hat ich bin gerade ja angekommen der hat schon der ding erledigt gott gemacht team ich brauche dann peile daniel da sind auch noch welche ich wollte irgendwann anders sagen aber mit selbstgefechts habe ich um hier für geschehen ja wenn sie mal sage ich nur hier die zu schreien hier die ganze zeit aktivieren dann hier mal genug punkte und belohnungen und so sieben stück oder so finden so schreiender gehr und dann auch gewertet stufe 4 ich bin noch nicht bereit das ist absteigen nein schnell genug für den ich bin noch nicht bereit der heilige frei so ich gehe mal zu der zu der einen eulen zurück glaube ich habe gleich beginnt wieder hier links der weltboss und da will ich voll dabei sein und zwar in cash ist da da sind wir dabei sagen wir mehr belohnung große erwachte beute wieder mod des drachen wenn ich den skin wir jetzt benutzen gesichtsloser schreien hat klingt nicht bekannt so ein starker brustschutz problem ist ich habe ja diesen einzigartigen ich will den nicht wie mit den dornen ja ich will nicht wegballern so ein gestützt gewölbe haben wir glaube ich warum ist der text fall so riesig bei mir ein geschützt gewölbe haben wir gesichtsloser schreien der kommt mir nicht bekannt vor noch der nummer verdammt schlangen lässt haben wir auch 33 habe ich auch gekriegt schlangen lässt ich weiß gar nicht was von level damals selbst gemacht überhaupt keine ahnung 35 ja ja das war da so schwer da haben wir sofort ein bisschen am anfang sind wir ein paar mal gestorben aber so ging man nur 33 ich habe ein level 39 was hat mehr über mich letztens hergestellt gehabt monster stufe 93 ok da habe ich so vielleicht machen wir überhaupt stärker ist als solcher jetzt ab ja bisher gute ausgleiche aufgaben aber erstmal geht man gleich zum weltboss wir beginnen ein paar minuten ja das kann ich mache ich denke ich hänge fest ich glaube hier nur auf der stelle ich komme hier nicht weg wieso mich ja ich kann nicht sehen aber ich komme nicht weg wenn ihr fest habe ich bei dir auf der stelle tut sich nur sie ganze drehen irgendwie hatte das ja aber ich komme hier nicht weg ich bin die ganze zeit am laufen aber mir trägst du dich einfach nur so hier ganz sein auf der stelle und jetzt teleportiere ich höre so keine ahnung ich werde wie ein markiert immer wieder durch die band hier die zu der band hier gezogen ich habe ja nicht weg bei mir steht einfach nur auf der stelle und dreht sich so bei mir bin ich am rennen wie bekloppt wo ist der weltboss ich habe ihn noch hat gesehen da zwei minuten 2 minuten 40 ich glaube ich denke kriegt kriegst die viele kühne idee ich komme gleich mal wie meine axt aussieht es gehen dafür nicht solange ich in der stadt ich bin schon mal beim was was noch zwei minuten und er ist schon gesagt der gold typ glaube ich 83 63 93 99 75 95 100 dunkle schnitter natürlicher zerstörer war der oberste teufel ist ja an dem punkt dafür ist keiner haben wir so eine minuten noch besser ja auch irgendwelche beschwörungen machen der druide weil er hat jetzt zwei wölfe oder so ist er werde ich gehe mal ein bisschen zurück das war schon wieder auftaucht ich meine wir wissen was da auftaucht aber ich trägte noch mal ein elixier von erfahrungspunkte schwaches elixier der blitzwiderstand man kann die partie ja stark in den tag gegen gold schaden ja 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 die sind aber nicht so schmerzen ich weiß nicht was da passiert ist vielleicht ist der bot einfach nur so schwach die man da bekämpft hatten damals eine gestorben weil wir uns gar nicht wieder nehmen lassen jetzt schon wieder 79 so niedrig ich bin noch nicht ja auch mit einer kiste zu hauen das ist auch ein boss den würde ich mal lieben gerne nur so zu zweifersuchen ich habe noch zwei tränke das ist ein kranker im bodenling macht er den steiniger auch mal keine angst also danach genau da wo ich den wieder belegen wird kommt er gerade raus ich habe auch einen wiederbelebt ok auf die wand auf die wand auf die wand ich weiß nicht davon gedaufte er wird gerade sagen wir hatten da jetzt gewirkt heute danach wir bitte kommen dort im pfiff ich habe schon wieder ich habe schon mehr diesen einzigartigen rüstungs teil den ich habe aber eine stärkere version den selben den ich auch habe klingplatte in etwas stärker schwer hat er wird ich habe wieder nur ein hat einen sockel von der dorn gibt mir 16.000 gibt ja die tue ich definitiv mal ausrüsten aber jetzt nicht ja ich habe einen stärkeren helm gekriegt und zwar jetzt um acht neun punkte stärker cool wenn es geht zum baum da muss ich mir wenigstens keine gedanken machen ja ich meine ausrüstung wenn die genau gleich bleibt ja ich hätte gern die nur besser sie holen sich immer noch mehr lichtort stangen war für heilig ich wollte hier liegen gelassen habe nicht so lange ich in der stadt bin so kollege geben wir mal ein paar halb vom dann sind sie ich brauche mal ein paar mal weg hier mit ich kann das verteilen also ach schlangen lässt haben wir schon kommen dort tempel haben wir schon lichtort haben wir schon oder jane 31 ja so kommen wir noch zwei herstellen da ist er denn immer brauchen tiefen wurzeln die tiefen waldbaum war olders höhle es gibt es dann nicht mal höhle habe ich auch braun armen höhle haben auch schon 38 wenn ihr was erledigt haben wollt sollten wir anfangen dann es wäre so ein schwein reizigen geistern stoten mann jetzt schon gedacht wer los mit den arbeit haben wir alles kommen wir nicht mann jetzt so viele von den dingen haben wir brauchen gar nicht mehr so viel neben christia für jedes gebiet wenn immer nur so ein paar so 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 ich so ich die höllen fluten über meinen album dungeon zu gucken was natürlich so was wir haben ich habe du hast 39 ich auch am höchsten ist hat 39 ich habe 38 deswegen noch mal 39 ob wir das bewältigen können das kann schon schief gehen ich meine du bist jetzt in badan mit dir schaffen war das schon keine ich mache mal eben nicht immerhin was machen natürlich mal meine neue rüstung aktualisieren vielleicht mal meine achten wie die aussieht wohl sah dann komme ich eigentlich gar nicht weil ich werde hier alles ist so das ist genau die gleiche nur als stärker gegenstands macht rüstung 5.000 mehr dorn aber der ist ein mann drugs nicht solange ich in der stadt bin ich ein neues zu sein wenn ich einstartige dinge ausnehmen ich glaube nicht ich gehe noch ein bisschen roh leder ist klar so hat er mal zwei level höher machen mit 1 2 wo gesagt dieser stadt zu das habe ich schon ja falsch warte mal dass wir diese eine geile effekt mehr rüstung aber hinteren dauert schon wieder vor länger also war schwächer also auch schwächer aber solchen damit so was ist dieses schwert hat er auch den gleichen effekt hat ein prozent schwächer er weiß jetzt erweitert schlimmer an der ein prozent weniger aber dafür 6 42 prozent mehr schaden wo die ein prozent ich möchte den schaden ja ich bin auch gleich soweit und ja da brauche ich nicht mehr nicht solange ich in der stadt bin wohl dass mich doch in der stadt düsen ist der tempel zeichen komode lassen ausrufe zeichen manchmal ist ein griff die beste verteidigung lasst mich euch da eine hilfe sein ja da ist irgendwer da besser als bei null anzufangen mein gott da denke ich noch vier vier dinger ja ich will mir noch meine axt angucken wie aussieht das gehen es ging gekriegt von der tante da ich habe nachts ausgerüstet es kann mir jetzt gehen gar nicht angucken gerade oder es hat so eine kleine axt ja ich kann mir meine angucken gerade ich kann der axt ausgerüstet da soll ich immer dann aus bezeichnen verpasste ausrüstung exklusiv blut ok ich habe auch vorhin ausrüstung da gefunden ne ich verpasste hatte russen das ding berührung des sauberers ein hab ich das ding nicht freigeschaltet das ist ein zepter hier sieht gut aus ja das ist nix für mich ich warte auf deinen teilen des albturm dungeons ich sagte du du hast auch was von 38 oder nicht diese direkt zu 39 jumpen ok ja ich dachte nur die haben wir ja schon also wir sind keine neuen machen grobe der toten mann ist der tote ist warum gehen wir dann schon wieder da hinten ja schon wieder sind wir in die grobe ist noch toteren mann wir halten weniger 40 prozent weniger schaden durch nahe ziele sich den schatten geifft uns an zusätzliche schreien erscheinen dungeons oder so nicht schlecht und diese wie dieses event kalt naja hat nämlich den damachen tank ja ich habe noch ein aktiviert naja ja doch jetzt wieder stand habe ich dann auf auf und davon ja schon boss der verstand oder das ist wieder ein animus träger nein ich habe erklärt sind immer die schlimmsten sachen da oben schon wieder einer da ist noch einer ja ich bin noch nicht wir haben ja dann ja ich bin noch nicht okay dann hab ich da bist ja ich bin noch nicht er tut sich weg bewegen durch den komischen fledermaus verwandlung da und der teleportiert sich ja noch zu den speed wird er dem dennoch geben also schafft seine fertig was ist deine verteidigung oder deine rüstung rüstung habe ich 6159 ok ich habe 12.000 wieso weil sein leben 6550 habe ich 5300 angriffsstärke wenn ich mich mal nicht bewege wenn ich mich nicht bewege 6900 wenn ich ein bisschen stillstehe dann 9000 15 6900 angriffsstärke ja ich habe 11.187 ja weil jetzt still steht wahrscheinlich ja wenn ich mich bewege habe ich 8600 wie soll ich ihn so wenig dann weiß ich warum du nur so wenig weil ich stillstehe habe ich 9000 15 er wenn ich die stelle stehe habe ich 11.000 irgendwas ok aber ich mehrere sachen habe dann ja die nicht wenn ich stillstehe also ok aber trotzdem trotzdem machte so viel mehr schaden als irgendwie nicht irgendwie verstehe ich da nicht ich wollte gerade irgendetwas ich wollte gerade sagen seht ihr so sieht der daniel aus wenn er im ball ist aber hat es mich auch erwischt ich bin sonst ich muss ich muss dann ausweichen ich bin so ein feuerball rein gesprungen ich hatte da bin ich da sofort rausgegangen gesichtsloser schwein der kommt nicht bekannt ich glaube den aber auch gesicht sowieso ist der typ hier war doch einer die nachtig auch er hat noch mehr gegner da die halten ich glaube ich kann ich kann es da rein und den angreifen ich bin tot ich muss ja genau da bin ich auch getreten ich hatte und was geschlagen und dann bin ich gestorben warum machen wir sind hier los stufe 39 das ist gleich noch zu viel von uns ja ja das war schon wieder und ein das soll er angegriffen ist der abgauern ich muss was hat vorher gesehen ich bin weggerannt und dann war das ist da ein ich bin schon so gut wie am angst stück ich glaube es tut da bist du betäuben er lasst dich plötzlich von dem treffen der hat sich getroffen ich wollte vor dem feuer abhauen und dann ist der direkt stufe 40 also auf dem ja das war anders als kein 1 ich brauche zeit um das zu tun Ich bin sofort weggegangen. er ist genau wie beim matrosen ding letzten sehr aber erst mal schon zweimal gestorben was wir eingegangen sind ja ich kann es gern wieder zurückgehen wieder ganz langsam ein gegner nach dem anderen ich wollte auch nicht sehen schon ganz weg ich bin noch weg warum und da immer ein wenn ich weg die kämpfe gegen den rennen einfach weg also dort war ja genau das meine ich hätte ich gerne das ist der ganze miese situation ich kenne vor dem feuer weg und dann von da auch ich war jetzt er ist nicht witzig ich renne vor dem feuer weg nicht mal dass ich das eis nicht sehe aber ich renne vor dem feuer weg aber mir auch so ich wollte von ihnen seine explosion weg da war dann so ein eis ding in der nähe ja genau das genau da gespürt dass wir mit dem feuer bei norm anfang passiert dann gehe ich mal ein oder sind feuer aber ja ich habe keine ahnung was jetzt ruhe ich will den trank ich will den trank einsamen ich will eigentlich gar nicht so im kampf es wäre das jetzt gewesen wenn das jetzt hier ja eine falle gewesen wären ja ja deswegen ich habe mich gefangen ich komme ja zurück an ein bisschen irgendwie der rote kreis hat mich jetzt bin ich hier die ganze zeit nur am sterben da ist tot ja so wie war mal da rein ich komme direkt der boss aber ich glaube nicht weil es das da sind staffel überall jetzt mein trank noch aktiv ja noch ein bisschen das fleisch kaputt aber wann naja ich gehe aus wie nach hause machen eine pause ich gehe nach hause machen eine pause gemetzel da haben wir schon danke man sagt hier haben wir damit interagieren kanalysierung schreien ich kann wissen ohne ende jetzt ich möchte auch nicht wusste und fußte ich habe keine mehr okay eine sekunde ich möchte ja mein paragon punkt hier ein paar lang wird wo schlag ich ja dieser blöde külter hat mich gehaun glaubt ich kann von den landen hier sehen die knochen einer skleppung wird hungrig aua ist ein golem klopft sich mit dem ja so ein leger eine schreie auf der karte dann hat das buch buch ja hier ja da habe ich angesprochen aufgesucht um meinem meister zu dienen er versprach mir lieben was soll ich ich glaube ich mache mir irgendwie blutungsschein oder so ich weiß nicht ich glaube jetzt ein event noch ein schneiden doch in artillerie schneiden nein und ich schieße nicht schieße nicht schieße nicht schieße nicht schieße nicht schieße aber sie sind mehr gegner schießt schieße nicht nur rein könnte dadurch ich komme jetzt hier die ganze trauen haben höhle schieße nicht denn trank durch dem boden tue ich mir noch aufbewahren ja ich sehe schon ja ganz so gut war bei mir ich bin dann nicht weil ich glaube nicht da ein paar gegner gerade ich weiß nicht noch ein paar die waren überall die vielen haben da kann ich doch nicht aufweichen mann ich weiß nicht ob ich das schaffe ich mache nicht so viel schaden bei denen also zu rennen einfach ich bin nicht so schnell wie du ich habe überhaupt keine speed boni ich glaube ich wollte mich der ganz dicke ist zurückgekommen habe ich gesehen ja im seger klein wie ich gerade nein bist du nicht und ich bleibe den überhaupt kein schaden geht okay die nehmen schon schaden aber da dauert viel zu lange richtig mal gekillt habe also 3000 märche an hatte ich bin tot aber nur wenn ich stillstehe war dann stehe doch still ja genau und dann wäre ich noch früher gestorben ja oh gott ich habe gegner ja da kann die alle voll energie da war ich auch ich habe mich nicht gemeint du bist du denkst der dick hat mir schon wieder voll wehgetan ich verstehe nicht ich auch nicht ja auch mich immer macht ein bisschen schaden dann habe ich noch die hälfte übrigen damit ich auch immer tot der haupt mich immer dann habe ich noch so ungefähr die hälfte übrigen dann denke ich bin doch ich habe überlesen dann bin ich auch immer tot wie ich nehme an blutung schaden oder irgendwie so hat nämlich jetzt mal die öle jünger ist das leben her ich bin noch nicht schon wieder ja mir schaden gemacht aber mir geht es gut dann am ende ich habe mich irgendwas er macht ein schönes noch ein gefangener ja der ist tot das ist ein skelett ich weiß da sind mehrere schon gewesen dann wird nur so ein geist befreit das ist wie als ich den hier mit dem naja ich kann nicht angreifen okay cool so gut allein habe ich schon auf 14 okay wir haben es geschafft zum event ja ja ich freue mich schon gesehen weil ich noch nicht reingehen aber fangen zu den brunnen der brunnen wollen wo und wo rechts ich habe schon mal tränke ich muss warten allerdings ist auch noch mit eigentlich ob der tier wie die ich weiß gar nicht warum wir die bock befreien müssen keine ahnung ich vielleicht wenn man nicht schnell genug sind wenn die zu skeletten links bei da oben ist das ich habe immer einen trank noch aber schon wieder kein platz auch mal bei der tue schaffen Ich muss warten. Da war er doch! No, ich muss warten. Da war er doch. natürlich so du bist so am leuchten bis tot so leuchten okay ich muss meine mentale müssen lernen ich hole mir jetzt mal ein paar siegel erstellen auf jeden fall neue denn eine das hatten wir schon hatten wir schon